Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zuerst mal kein Unboxing, denn ich muss erstmal eine Erklärung abgeben, wie ihr seht, gibt es einiges zum Unboxen. Ich war längere Zeit nicht mehr dazu in der Lage Videos zu machen, denn vor etwa 6,5 Wochen ist mein kleiner Sohn geboren worden. Er ist erst mal Vater geworden und naja, da waren dann die letzten 6,5 Wochen plus die Zeit davor, also die letzten 2 Monate, dann doch andere Sachen wichtiger. als die ganzen Lootboxen, aber wie ihr seht, ich habe fleißig gesammelt, zweimal Comicblock, zweimal Horrorblock, zweimal Arcadeblock, ein Nerdblock, eine Spezialausgabe vom Nerdblock, die Vinylpalooza, da werde ich dann in dem Video dazu noch was erzählen, zwei Loot Trades und die halbwegs aktuelle Loot Chess, da müsste auch bald die nächste kommen. So, ja, meine Frau ist mit dem kleinen Grad spazieren, sodass ich die Zeit jetzt nutzen werde und so viele von den Boxen wie möglich auszupacken. Ich werde die dann aber nicht alle auf einmal hochladen, sondern pro Tag ein Video, damit ich a, euch nicht so mit überlade und b, damit ich dann mir selbst noch ein bisschen mehr Zeit gebe, um weitere Videos aufzunehmen, weil es kommen ja auch noch weitere Boxen. Ich meine zumindest vom Nerdblock, glaube ich, ist schon wieder der nächste unterwegs, oder von der Loot Trade. Genau, so, also, so viel dazu, das als kleine Erklärung, warum ich so lange abwesend war. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig es jetzt dazu komme, weitere Videos zu machen, ich habe es auf jeden Fall vor, wenigstens Wochenends dann ein paar Unboxings zu machen, sofern es neue Boxen gibt. Ja, wir haben jetzt erst mal für genug Nachschub gesorgt, denke ich mal, zumindest für die nächsten elf Boxen müssten es sein, also für die nächsten elf Tage. Und, ja, dann würde ich sagen, dann höre ich mit dem Video erst mal auf und fange an mit dem ersten Unboxing, damit ich euch dann schnell wieder mit neuem Material versorgen kann. Bis dahin, macht's gut und ciao.